Prinzessin Diana sollte für einen Film an der Seite von Kevin Kostner stehen. Dazu ist es nie gekommen, dafür wurde aber ein überraschendes Geheimnis enthüllt. Die Königin der Herzen und der Hollywood-Star Wären Prinzessin Diana, 36, und Schauspieler Kevin Kostner, 69, vor vielen Jahren offiziell zusammengekommen, die Welt hätte ein neues Traumpaar gehabt. Tatsächlich war da einst viel Gefühl, denn jetzt machte Kevin Kostner ein unfassbares Geständnis. Ich war Dianas letzte heimliche Liebe. Wie das, wie kamen sich die beiden näher? Prinzessin Diana soll verknallt in Kevin Kostner gewesen sein, wie der Star erzählt, ging es damals um eine Hauptrolle in einer Fortsetzung seines Kassenschlagers Bodyguard von 1992. Ich hatte mit Diana gesprochen und gesagt, also, ich mache Bodyguard 2 und ich denke, wir könnten es um dich herumbauen. Wärst du interessiert? Und sie sagte, ja, mein Leben ändert sich gerade. Ich habe nicht weiter nachgebohrt. Aber ich glaube, ich habe verstanden, was sie meinte, erinnert sich Kevin Kostner. Tatsächlich soll Diana, die ihre Ehe mit dem damaligen Prinzen Charles, 75, hinter sich gelassen hatte, von der Filmidee begeistert gewesen sein. Sie wollte sogar für Dreharbeiten in die USA auswandern. Alles wegen Kevin. Etwa 15 Jahre später hatte ich schließlich ein sehr nettes Gespräch mit Prinz William, sagte der Schauspieler. William, 42, verriet dem Star damals, dass seine Mutter zuletzt irgendwie in ihn verknallt gewesen sei. Der Film wurde nie gedreht. Ende 1996 war Kevin Kostner frei. Er hatte sich gerade von Supermodel Elle Macphorson, 60, getrennt. Diana starb am 31. August 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris, einen Tag, nachdem die erste Fassung des Drehbuchs fertiggestellt worden war. Der Film wurde zu den Akten gelegt. Doch wenn Kevin Kostner heute an die Prinzessin denkt, wird sein Blick wehmütig und nostalgisch. Ich får von mir Cartzen, wenn sie begeistert bei uns. peas. Vielen Dank.